ich bin halt immobilienmakler hauptsächlich für wohnimmobilien im lüneburg und umkreis von ungefähr 30 40 kilometern ich gerne im heidebereich gerne auch im städtischen bereich mein kleines steckenpferd sind eigentumswohnungen die vermarkte ich besonders gerne denke das ist eine ganz schöne variante zu gucken wie geht es auch anders wie gesagt viele menschen haben bestimmtes bild von dem makler im auge der klassiker ist ja immer so anzug krawatte porsche und ich versuche das ein bisschen einfacher zu machen ein bisschen simpler krawatte muss nicht sein da kriegt man auch so eine vertrauensbasis in der porsche wird durch den twingo ersetzt bei mir gibt es zum beispiel keine massenbesichtigung das hat vielleicht der ein oder andere gerade hamburger großstädter generell so im kopf ich komme zu einer besichtigung und bin damit 40 leuten versucht dann irgendwie gut dazustehen beim makler das gibt es bei mir nicht es gibt immer nur einzeltermine ja 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 ja